Hey, da ist doch noch was. Da steht doch noch mehr. Achso. Hä? Tobi, was? Ja, herzlich willkommen, Leute, zum neuen Rennen. Der König hat es mal wieder rausgesucht. Boah, König, was ist das denn? Ja, guck mal, da schweben Bäume, alle. Alle Obst, doch, guck mal. Boah. Ab geht's, Ewan, Nitro. Hä? Wuuuh, Alter. Ich schaff das, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Welcher Spastier hat mich runtergekriegt? Der Bronzell war das, oder was? Aber jetzt müssen wir Anlauf nehmen, ne? Boah. Sorry. Was war das denn, Alter? Wuuuh. Wer hat denn da so eine Kollegin in der Hose? Alter, ich hab es. Hä, was? Ich bin explodiert, Mann. Tschüss, Curry. Hey, wie kann man nochmal dieses Ding aktivieren sein? Ja, mit, Alter, vier. E, oder was? Wuuuh. 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 Ich war gerade runtergeflogen, Tobi, Alter. Ciao, Karin. Jo, tschüss, Tobi. Oh, mega geil, die Strecke, Alter. Ist der Hammer, Mann. Ja, mit schnelleren Autos ist es auf jeden Fall besser. Danach spielen wir es mal mit Nutzfahrzeugen. Hey, was war denn? Ich hab ja gar nicht aufbänden. Ich hab ausgestiegen. Was, Tobi? Was, Tobi? Oh, fuck, ey. Aber der denn da? Boah! Bronzo, warte Zeit nicht los, Alter. Ja, Tobi, Alter. Habst du das, Tobi? Oh, Tobi, man, Bronzo, lass mir doch mal ein bisschen Nitro. Was war das denn, Bronzo? Was war das denn, Bronzo? Nein! Bronzo, was geht, Mann? Hey, Bronzo, hast du den Sprung geschafft? Können wir wieder, oder Smiley haben wieder gewonnen, oder was? Hey, ich hab nicht gewonnen. Uuuuh. Nein, ich flieg zu weit. Boah, Alter. Ich bin schon wieder ausgestiegen. Hey, was machst du denn die ganze Zeit? Ich hab's so geschafft, Alter. Oh, nein! Hey, was kommt denn hier für ein Schatten? Was? Boah, ich hab den Checkpoint erreicht, nice. Oh, was war das denn, ey? Ich brauch Nitro. Hey, ich drück immer F, wenn ich denk... Nitrooo! Oh, nice. Boah, geil, Alter. Oh, ich bin letztendlich geil. Oh, ich bin ausgestiegen. Voll traurig, so. Hä? Tempflord hat nur da mitgegeben, Alter. Tempflord. Da muss ich den Double die mal loben, ey. Er hat ein gutes Rennen rausgesucht. Also, wer die letzte Folge... Ich würd immer gern jemanden sehen, ey. Ah. Den mal wegschießen mit meiner Rakete da. Niiiice! Boah, nice. Nice. Wuuuh. Matzi. Der wird auch nie alt, Tobi, ne? Der wird nie alt werden. Hallo. Da liegt einfach so ein Autofrack. Das war zu weit! Das war zu weit! Das war zu weit! Das war zu weit! Nein, ich schaff's nicht! Nein, ich hab's, ich hab's einfach nicht! Hä, was ist denn jetzt los? Wie viele Hunden sind das denn? Ach du Scheiße! Hör auf mich runter zu ballern, Alter! Du bist so ein Pumskopf, ne? Du bist so ein Arsch! Du hast zuerst gerammt! Fick dich! Du hast zuerst gerammt, Mann! Du hast zuerst gerammt, Mann! Du hast zuerst gerammt, Mann! Ich bin ausgestiegen, toll! Was war denn mit Bronzellegal los, so? Oh, mich hat ein Auto überfallen! Ne! So! Ernsthaft? Ja, als ich unten auf der Straße gelandet bin. Aber was läuft hier im Radio, ey? Nein! Du lieb! 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 Du musst da wieder betreiben, Alter! Hey, ich hab die nicht eingestellt! Das war so! Ja, klar! Ich wollte eigentlich 10 einstellen! Boah, geil, Mann! Jo, Mafuyu, Alter! Hey, Mafuyu, Mann! Das gibt's doch gar nicht! Jo, tschüss! Boah! Hey, hör auf mich runter zu schubsen! Unverschämt, dieser Mafuyu, ne? Ich hab das gemacht! Doch, du hast... Ich hab's genau gesehen! Ich hab's auf Band! Jetzt ist auch tot! Alles klar, Jörg! Ich hab alles auf Band! Schöne Grüße, übrigens! Ach, scheiße, Mann! Jetzt bin ich drüben, Mann! Ach, kacke, ey! Ich hab den Checkpoint noch mitgekriegt! Ja, ich hab den Checkpoint noch mitgekriegt! Ja, ich hab den Checkpoint noch mitgekriegt! Ich hab den Checkpoint noch mitgekriegt, Alter! Hast du noch mit Nitro fahren? Hä? Hä? Wer seid ihr denn alle? Fick dich denn, ey! Fick dich! Ich bin 18. Mann! hast du die zweite runde geschafft toby 6 es gibt nur elf teilnehmer und du bist sechster ich bin sechster und fünfter was ist daran jetzt so schlimm ich habe ja so ein pinkes auto ja dann habe ich dich gerade fallen sehen ich bin runde drei von drei mann scheiße man mal frühjux ey die müssen wir gleich noch mal fahren doch mal ein toby voll spaß ja genau das war mit motorrädern mann da kommt man das aussuchen ich weiß es nicht der kreis als geht mit den windrädern der roboter muss er wieder unterwegs ist was mache ich denn ich weiß ich weiß leider von euch hier hat ja jeder gesehen star us oder 1 und da ist doch hier von den und von wie heißt der nummer man was denn oh mein gott ich habe mich selber fast weggespringen ja genau von jaja der der post da wie heißt der nummer ja scheiße ich fliegt soweit ach kacke man ja toll ich steigt schon wieder aus hier jetzt geschafft ach ficken das ist ein historischer tag für mich scheiße richtig historischer tag für mich das gibt es noch nicht weißt da will die alle ich beobachte double die jetzt mal ja der rennpferd ahhh nein komm ich schaff den sprung hier nicht ohne nitro schaff doch ich schaffe ihn hier sehen sie mr double die du rissen ja mal guck dir mal den jump an jetzt hier guck mal den curry den jump an welche runde bist du curry? 38. nein welche runde du bist du idiot ne letzte oh nice oh 5 davon oh scheiße das war wirklich nice kacke man das war ja ne kante wirklich nice da war ja ne kante im bild tobi tobi alter ach du bist ja erst in der zweiten runde ne ich bin beide nicht aber ich glaube ich bin nicht mehr in der zweiten ne doch doch sonst hättest du mich gerade überholt aber hast du nicht ach lecker jo tobi alter was geht ja wo fliegt der denn hin ja bei mir steht unten in der position 9 von 11 ja cool hier fährt curry er sitzt am steuer ich war jetzt rückwärts salto völlig entschlossen nein er ist auch nicht er will das rennen gewinnen zumindest will er fünfter werden er brettert hier lang wie sonst was ey was macht der denn aller brunze ey was war das denn brunze und curry schleidet da rum er schleidet ey was macht der curry denn jetzt oh mein god wie low curry alle ach hast du ihn doch erwischt curry der brunze ist unten gefallen oh komm einmal noch hier aber er hat ja wieder ein braunes auto ne weil es so viel spaß macht aber boah bronze alter nice bronze tschüss nochmal curry mal nochmal nochmal komm alle guten dinge sind rein curry ok nochmal ein bisschen den bronze trollen wie kannst du den weg lassen guck mal da kommt der Tobi hier auch alter ohoho ohoho oh Tobi haha haha komm eine rakete noch hier eine komm du mal hier komm ich zeig dir mal meine aktoren das schaff ich nicht mehr glaube ich wo ist der Bernd alter nein richtiger wurde Schade. Egal, ich bin eh vor dir. Nice, Tobi. Guck mal, jetzt fahr dich rückwärts ein. Guck mal, Dennis. Guck mal hier. Und jetzt Rakete. Guck mal, wie ich den Ziel reinrutsche. Guck mal, komm, komm. Hä? Ich seh gar nichts. Oh mein Gott, wie schlecht braunst du dann? Ernst? Komm, Tobi. Jetzt Tobi hier. Action, Alter. Nein. Tobi, 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 Tobi. Wo macht denn mal den Bernd gerade? Komm, Tobi. Ey, warte mal. Ich dachte, das ist jetzt wieder zu runter. Tobi fliegt einfach rum. Tobi fliegt einfach rum. I believe I can fly. Komm, ey, was machst du denn da, Tobi? Der fährt einfach von der Strecke runter und steigt aus. Haben wir leider nicht gesch... Schade, dass das nicht gesch... Das Geile ist, das Geile ist, dass der Bronzer hat noch zwei Sekunden und sagt so... Ja, komm, komm. Ich hasse noch. Ey, das war voll geil, die Strecke. Aber Curry macht dieses Rennen mal mit einer Runde und mit dem Motorrad, okay? Ja, was ist das denn, Alter? Alter, ey. Das ist die von American Horror... Ja? American Horror Story von Hotel, Alter. Hä? Hä? Juhu! I'm in the one. I'm in the one. I'm in the high. Chicky-chicky-bam-bam. Chicky-chicky-cham-bam. Was? Curry, das kostet sich die Cola. Hä? Hä? Wiederholung. Alles klar, Alter! Hat sich angehört, die ist halt schon Rumpel. Hä? Nee, irgendwie nicht. Voll die, ey. Der Bernd wieder, weißt du? Ich kann die... Ich kann die Sportwagen leider nicht ändern, ey. Oh, toll. So eine Runde jetzt, oder was? Ja, mach noch eine, komm. Nicht Standard, GTA. Wirklich nur eine? Ja. Okay. Sonst ist es zu low. Ja, dann halt... Es ist zu low. Ja, das ist ja alles blöd, du wiederholst es ja eigentlich jetzt. Okay, soll ich jetzt einfach starten? Eigene Fahrzeuge aus, ja. Mach mal. Achso, stimmt, hast recht. Dann machen wir Motorräder da, komm. Kann ich nicht. Scheiße, Mann. Ich kann das nicht ändern, leider. Tut mir leid, Tobi, tut mir leid. Du bist so ein richtiger Rolf Zukowski. Gut luck. So. So. Wir starten eine freudige Runde, meine Damen und Herren. Mit... Turbinator L.P.T.L.P.Pill. Und P.N.Mafuyu nixst. Und Mufflord nixst. Und Luki nixst. Und Schneezy geht ab. Und Lacho official. Geil. Geil. Ach, der Tobi geht ab. Hä? Hä? Ey, was ist das denn jetzt, ey? Also... Also... Also hab ich nochmal die Möglichkeit, den Curry zu zerstören, jetzt. Reda, Reda... Alter, was ist das für ne Musik, Mann? Lachen... 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 Juuu, ab geht's, Mann! Looping! Soll ich wieder Power starten, oder was? Volle Pulle, Mann! Nee! Ja, das sind richtige... Pfff... Ja, okay, dann mach mal. Boah, Alter, was? Was? Weißt du, ich bin natürlich der Einzige, der wieder... Ja, das war so gut, ne? Haha, ich war so gut! Hä? Was? Wo ist er denn wieder? Nice! Jump geschafft! Warum steigst du denn immer aus, Bronze? Hä? Was ist denn? Oh mein Gott, ich bin daran vorbeigeflogen. Ist das ärgerlich. Das ärgerlich. Ich mach mal mit dem Controller fahren, Alter. Da, 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 da. Konti, Konti, ich fahr mitm Konti, Konti. Wuuu! Jetzt aber. Oh nein! Bäm! Und Bäm! Alter, wo flieg ich denn? Ready, nooo! Okay, der war nice, der war nice. Ah, 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 ah! Ist nice denn, ist nice! Ich will, der Platz ist W, Alter. Is weiter. Alter Schimmelkopf. Oh, ich immer vorbeigefliege. Ah, 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 ah! Schon wieder. Das ist allah! Ah, ah, ah! Nein, ich flieg auch vorbeiii! Uhhhh! Nein! Uuuu, aah! Oh, der ist doch ne Kraft! Hey, was macht der denn? Ich renne ins Ziel! Ich bin ins Ziel gerannt. Boah, so ein Ausgebuffter bist du? Ich springe schon wieder. Yes, it's war ein Fotofinish. Susan Post Wo ist der denn hier? Leute, ICH HAB HIHN VERPASST! Ich hab ihn VERPASST! Ich hab doch jetzt grad so viel PECH! Ehm! WAS geht man? Benjamin!! Eee der Bernd ist sogar vor mir, alter. Wenn es denn él ist, bent Spaß? Oh, nice jump, Alter. Welcher seid ihr denn? Welche Nummer? Zimmer 12, Alter. Dennis? Oh nein, er macht genau das gleiche. Hütet euch, Freunde. Hütet euch. Hütet euch. Ich bin so tief gesunken. Wie viel da bist du, Bronze? Sechster. Oh, ja, gut. Dann brauchst du keine Angst haben. Was macht der denn da? Ach, der will da seine Rakete rausholen. Hör mal. Boah, nice. Ich flieg immer daneben, Alter. Du kannst es schaffen, du musst nur dran glauben. Du kannst es packen, bis in die letzte Sekunde. Ach, nö, Alter. Genau so, ja. Komm, findest du in den Checkpoint? Das ist doch gar nicht. Kommt, Junge. Komm, Junge. Du schaffst es. Wir werfen nicht das Handtuch. Ja, jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Bilder Buchlandung. Jetzt hat er's. Komm, jetzt holt er den Bronzi da noch rein. Wo ist der Bronzi? Komm, Bronzi. Wo bist du, Mann? Ja. Hä, was machst du denn? Ich bin im Ende, Mann. Total. Er ist vor mir. Der Bär ist vor mir, Alter. Sechster. Jetzt kommt der Mega Jump. Mega Jump. Yo. Da kommt dein Ziel. Pian Mafuio, meine Damen und Herren. Das ist ja der Wahnsinn. Hä? Leute. Ich dachte gerade, du fällst da runter. Und jetzt, meine Damen und Herren. Tobi Nato. LLLP. Okay, welchen Namen bildet er das? Ja, Tobi. Du bist dabei. Du bist dabei. Hier bei. Der Preis ist heiß. Der Tobi, der Volk ist heiß. So, Leute. Das war eine neue Folge Gideonline. Ja, wir haben ein polminantes Rennen gemacht. Curry jetzt ausgesucht. Ja, ich freue mich, dass ihr in der Tour hier wisst. Wisst ihr Bescheid? Ja, einmal klatschen. Da kann man ja wohl bei Klatschen warten. Es war eine schöne Strecke. Wenn ihr die spielen wollt, in der Beschreibung verlinkt. Ja, schönen Tag noch. Und bis dann. Ja, ich freue mich. Bis dann.